Pow pow! Yeah! Willkommen zurück zu Max Payne 3! Und das Gewitter schlägt ein. Oh mein Gott, was für ein episches Intro. Ja, im letzten Part haben wir uns Steppschuhe besorgt und haben im Rosa-Tütü betrunken auf einem Tisch getanzt. Ne, Moment. Das habe ich, glaube ich, am Wochenende gemacht. Was haben wir denn? Achso, nein, wir sind baden gegangen. Genau, denn hier, man sieht es vielleicht nicht, aber hier ist Wasser. Da, da zum Beispiel. Da kann man reinfallen und sterben, weil Max nicht schwimmen kann. Ähm, das ist das große Geheimnis. Und deswegen erschießt er auch jeden, den er trifft. Zum Beispiel er. Er weiß, dass Max nicht schwimmen kann. Was ist Max' Antwort? Da, 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 da. Oh mein Gott, man merkt, dass ich schon lange nicht mehr gespielt habe. Ist, glaube ich, jetzt eine Woche her oder so. Ach du. Oh, wow. Das war Absicht. Ah. Ah. Okay, okay, okay. Oh. Ah. Huh. Okay, okay. Bleib lieben, Max. Ruhe dich aus. Ruhe dich aus. Oh, man. Oh, oh. Okay, wir haben keine Zeit zum Ausruhen, Max. Wir haben keine Zeit. So, komm. Ah, ich sehe euch. Moment, können wir von hier? Ah, scheiße, die auch. Okay, den haben wir erledigt. Ich brauche eine bessere Waffe. Was hast du für eine Knarre? Alles klar. Jungs, ich will euch eigentlich nicht töten, aber die Soul Art, die zwingt mich. Die hat mir das Spiel geschenkt, möchte ich nochmal erwähnen. Ähm, sehr, sehr nett von ihr. Oh, mein Gott. Ein Zielfernrohr. Na, Jungs. So. Und da ist doch bestimmt irgendwo einer. Hop, hop, hop. Da. Hop, hop, hop. Dankeschön, dankeschön. Ah, oh, oh. Ich bin gleich tot. Aber sehr nett von dir, dass du in mein Visier reingefallen bist. Nimm du... Au. Ey, stirb, 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 stirb. Ah, gut, gut, gut. Ist tot. Alles klar. Nimm die Mund. Wow. Wow. Ha, ha, ha. Ah. Ich glaube, der wollte einfach nur mit mir reden. Gemütlich. Bei einer Tasse Tee und Kuchen. Den er selbst gemacht hat. Das Rezept hat er natürlich von Mutti. Mutti, die ihm immer ein Pullover gestrickt hat. Und ein paar Söckchen. Er hat es immer schön warm gehabt. Naja, jetzt ist er tot. Passiert halt. So, Jungs. Was ist los? Ach, oh, genau, genau. Euch habe ich nicht vergessen. Da kommt doch gleich ein Bötchen, oder? Da kommt ein Bötchen. Okay. Okay. Und da? Wer fährt denn da? Wer fährt dem kleinen Bötchen und kriegt jetzt den Kopfschuss? Oh, Moment. Du. Okay. Oh, versteck dich, versteck dich, Mix. Versteck dich. Oh, Mann, ihr Pisser. Ihr habt keine Chance gegen mich. Oder soll ich meinen Bruder holen, hä? Soll ich Kronk holen? Meinen großen Bruder. Der ist aus Amerika zurück und der hat ein paar coole Moves gelernt. Der gute... Ops. Oh. Game over für dich. Oh. Ja. Ah. Scheiße, hat er Glück gehabt. Ollo, si, si. Uno, dos, tres. Quattro. Quattro. Si, si. Äh, Luno. Luna. Na, komm schon. Oh, komm schon. Zeig dein Köpfchen, Mann. Ich habe Geduld dafür. Okay, okay. Dann kommst du wieder rüber. Du wolltest es. Moment, da kommen auch welche. Moment. Moment. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Okay. Okay. Ich habe Angst, hier zu springen, weil ich Angst habe, wieder im Wasser zu landen. Und ich möchte nicht baden. Das habe ich im letzten Mal schon gemacht. So oft würde ich jetzt auch nicht baden. Hop, hop. Oh, Mann. Ist die Maus... Kack. Kack. Okay, Jungs. Okay, okay, okay. Oh, scheiße. Ich habe es doch gesagt. Boom. Was? Ich bin ich, Stefano. Ich bin Maximano. Oh, oh, ich bin tot. Ich bin gleich tot. Ich habe vergessen, wie man Pain Killers nimmt. Wie nimmt man nochmal Pain Killers? Oh, oh. Jungs. Jungs, wie nimmt man... Ich habe sie genommen. Irgendwie. Oh, Mann. Ich habe ein Blackout bekommen. Ich habe jetzt letztens wieder Max Pain 3 von Dietmar und Bosi geguckt. Und da war es ja auf dem Tabulator. Oh, Mann. So. Nehmen wir jetzt mal das hier. Alles klar. Die Pain Killers. So. Und dann sind wir irgendwo da hinten ins Wasser gefallen, hä? Naja. Oh. Oh, ich dachte schon, da steht jemand. Ich habe schon Paranoia. Egal. Genau, genau. Ich bleibe... Ich camp jetzt mal. Wir haben auch so ein Gefühl. Ah. Okay. Okay. Du hast kein Gefühl. Du lebst noch. Bleib mal liegen. Oh. Hahaha. Sorry, Mann. Okay. Okay. Irgendwie kann man im Multiplayer viel besser zielen. Ah, ah, ah. Au. Ah. Wo, wo, wo? Da hinten war einer. Aber... Komm schon, zeig du dich. Okay. Immer doppelt drauf schießen. Denn doppelt hält besser. Wow, wow. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Wir gehen ganz vorsichtig hier lang. Ganz vorsichtig. Hier. Da war rechts gerade einer, ja? Ah, scheiße. Komm schon. Komm schon. Ach so, das ist Tabulator. Gut. Okay. Ist tot. Ist tot. Man muss nur Geduld haben. Nur Geduld. Wie ein Jäger. Und dann zeigt sich schon das Opfer und dann ist es vorbei. Ich seh dich. So. Das Opfer hat sich gezeigt und es ist vor... Aha. Irgendwie kratzt mein Hals. Wow. Scheiße. Okay, okay. Den hätten wir erwischt. Haha. Im letzten Moment. Oh Gott. War das Sarasa? Oh nein. Sarasa. Er ist einer von denen geworden. Amerika tat ihm nicht gut. Huh. Wo ist der andere Typ? Wo ist der andere Typ? Okay, du bist tot. Okay, du bist auch tot. Komm schon. Kontrollpunkt. Wo ist der Kontrollpunkt? Ich will das nicht nochmal alles machen. Bitte. Kontrollpunkt. Da geht's nirgendwo hin. Oh scheiße. Oh scheiße. Oh scheiße. Oh scheiße. Und schon wieder haben wir es nicht geschafft, sie zu retten. Stattdessen lernte ich das Schwimmen. Ich war gut darin. Und das Wasser mochte mich. Es fasste mich überall an. Max. Max. Alles gut? Was ist passiert? Wo ist Fabianna? Oh nein, nicht sowas. Das hasse ich. Mir gefällt dir das. Diesmal kriegt ihr mich nicht, denn Takopako ist am Steuer und Gronkh am Gewehr. Oh süß, süß, süß. Die Waffe wird zu heiß, oh ja, du wirst zu haarsch. Verdammte Scheiße, okay. Hab ihn. Er versucht uns zu rammen. Haben wir an das Fliegen beigebracht. Oh nein. Monotov Cocktails, jetzt wird's heiß. Oh Scheiße. Komm schon, wirf das nächste, trau dich. Oh Gott, er tut's wirklich. Wo ist der Penner, der die Dinger wirft? Da bist du doch. Ah fuck. Scheiße, Mannes. Ich muss Zeitloop aktivieren. Äh. Okay, 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 okay. Komm schon, Takopako. Okay, das hat uns nicht getroffen. Das war voll doof von ihm. Okay. Oh Mann. Äh. Das sieht auch nicht gut aus für ihn. Haha. Komm schon. Ins Beinchen. Okay, fast. Oh nein. Komm schon, Max. Was? Wow. Sorry, House. Ich wollt's nicht. Over there, man. Over there. Ihr zwingt mich Häuser zu zerstören. Häuser, die euch nix getan haben und mir auch nicht. Wow. Hör auf zu wackeln, Max. Hör auf zu wackeln, Max. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Alles klar, alles klar. Ah. Hey, I got it. I got it. Du hast es. Du hast es. Ohohohoho. So. Ohohoho. Ohohohoho. Und gegen Jeeps. Warum nicht? Ah. Wow, den hat's erwischt. Boom. Na, jawoll. Oh mein, mir gefällt die Explosion. Puh. Okay, Taco, Paco. Sieht gut für uns aus. Was meinst du? Jetzt ein paar Taco? Tacos? Paco? In einer Paco? Ein paar Tacos? Paco, Taco? Okay, ich auf. Oh nein. Oh oh. Nicht eine von den Ideen. Oh. Oh ja. Komm schon, explodet ihr. Oh, schade. Kann es sein, dass vor uns irgendwelche sind? Ist er tot? Ach ne, der lebt noch. Oh. Langsam kann ich nicht mehr, Jungs, Mann. Komm schon, Taco, Paco. Setz deine Idee um. Oh. Mann. Okay, 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 okay. Erledigt, erledigt, erledigt. Oh, Mann. Ja, ja. Okay, wo kommt das her, wo kommt das her? Da. Okay. Da platzt das Köpfchen. Oh. Negatives. Ah, wie viele poor Kinder wollen ein schönes Sneak? Es ist nicht schwer zu holen. Hey, wir haben ihn wieder. Sie sind Fabian. Wer hat ihn? All right, all right. Ich werde uns ein bisschen closer. Wer ist in? All right, gib mir einen Sekunden. Schau mal, Alter. Schau mal, Alter. Schau mal, Alter. Schau mal, Alter. Ah, scheiße, scheiße. Kühl dich ab. Kühl dich ab. Okay. Ach da, hinten. Sag doch was. So. Okay, jetzt sehe ich nichts. Oh-oh, oh-oh. Yeah. Der Tod kommt von oben, Jungs. Sagt auf Wiedersehen. Okay. Tacos. Tacos. Oh, sorry. Oh, man, barst du hier. Ich habe mich über die Finger für zwei Mal wieder. Ein weiterer Habe, die ich nicht will oder nicht will. Es ist nah, wir haben ihn. Wir haben ihn schon fast. Ja, ja. Ich glaube, ich glaube, wir haben eine Chance. Keiner hat uns gesagt, wir haben eine ganze Menge Armee. Ich glaube, jemanden weiß. Aber wie ein Schatz. Ja, es ist so schatz, Alter. Wow. Non-stop-insanity. Ich dachte, ich habe all diese Scheiße hinterlassen. Easy gig, wie du sagst. Was für ein Fuss war ich, wenn ich in diese Schmerzen bin.